Hi Leute, mein Name ist David, meine Stimme ist etwas verschnupft, dennoch hält mich das nicht ab davon, euch das neue Giant Tailon LTD vorzustellen. Wie wir sehen, haben wir hier ein Hardtail vorliegen mit einem sehr leichten, sehr gut verarbeiteten Aluminiumrahmen. Der hat innen verlegte Züge, das optimiert die Optik und minimiert den Wartungsaufwand. Zudem kann man auch einen Gepäckträger hinten montieren, wie Schutzbleche und auch einen Ständer. Das macht das ganze Fahrrad schon sehr alltagstauglich. Die Laufräder von diesem Bike sind von Giant 29 Zoll Laufräder und gepaart mit den Schwalbe Smart Sam Reifen habt ihr guten Grip im Gelände und dank der Laufräder auch eine gute Spurtreue, sodass ihr sicher durchs Gelände kommt. Sicher kommt ihr auch mit dem Lenker durchs Gelände, der ist etwas ergonomischer geformt, hat griffige Griffe und einen kurzen Vorbau. So habt ihr eine relativ aufrechte Sitzposition auf dem Bike, die auch auf längere Zeit bequem ist und zusammen mit dem Giant Sattel habt ihr auch keine Probleme mit dem Gesäß. Die Farbe des Fahrrades ist schwarz gehalten mit Giftgrün, das optimiert nochmal den Look. Vorne am Fahrrad haben wir eine Federgabel montiert, wie bei jedem Hardtail. Die hat 100 mm Federweg, genauer gesagt, das ist die Suntour XCM Federgabel. Die funktioniert durch eine Stahlfeder, deren Härte kann man am oberen linken Gabelbein einstellen, am oberen rechten Gabelbein kann man zudem dank einem Speedlockout-System von Suntour die Federgabel blockieren und so hat man eine bessere Kraftübertragung, wenn man auch bergauf fährt. Am Bike haben wir den Antrieb hinten, ein 9-fach Schaltwerk, das ist von Shimano Alivio. Damit habt ihr schon mal 9 Gänge hinten, vorne habt ihr 3 Kettenblätter, das heißt insgesamt 27 Gänge, das sollte reichen für schnellere Bergab- wie auch Bergauffahrten. Der Umschlaufer vorne ist von Shimano Altus. Die Gruppe ist eine gute Einstiegsgruppe, mit der ihr auf jeden Fall schon relativ weitere Touren fahren könnt. Und geschalten wird vorne am Lenker über die Shimano Schaltung, die ist gut handlich, hat zudem auch noch ein kleines Sichtfenster, in dem man sedelt kann, in welchem Gang man sich zurzeit befindet. Das ist natürlich sehr praktisch. Hier am Lenker befinden sich auch die Bremsen, das sind die Shimano Bremsen, die funktionieren hydraulisch und betätigen die Scheinbremsen. Also eine sehr pflegeleichte und sehr kräftige Bremse an dem Fahrrad, was euch natürlich auch auf schnelleren Fahrten dann gut abbremst. Das Giant Tailon 3 LTD ist bei uns schon für den Preis von 599,90 Euro erhältlich, ist ein super Einstiegsrad in die Mountainbike-Welt. Und wer erstmal Probe fahren will, der macht doch mal den Verfügbarkeitscheck auf unserer Webseite und kommt in einer unserer Filialen. Oder bestellt es direkt unter Fahrrad-XXL.de